Das geht aber immer nur entweder für den Bosskampf oder in einem Gebiet, wo man gerade ist, man kann nicht die ganze Zeit da zusammen rumlaufen. Dann wäre es wahrscheinlich zu einfach oder keine Ahnung, der Haken. Da haben wir wieder drei... Da... Oh, große. Sorry. Schön. Gab es ein FIFA-Update oder so? Irgendwie ist bei mir, wenn ich den ganzen Abend schon das Gefühl von dem Passempfänger jetzt wieder verstellen. Der braucht immer so lange. Schön, schön. Das ist nix. Da hat ein Domi auch nur angehaucht, da ist der schon umgefallen. Stark. Doch, dann spielt er auch Oberkorn. Schön. Oh, hier in der Hand. Was für ein Reflex. Wahnsinn. Aber auch viel Hand mit dabei. Tumak. Mein Gott. Kein Safter hin. Vor dem Umdrehen habe ich schon A gedrückt, dass er den auf dich spielt. Dann dreht sich trotzdem noch um. Ach, passt doch. Stark. Und jetzt geht es ein Wurz. Jones. Stark. Sehr gut aufgepasst. Stark gearbeitet hier. Das ist auch wieder 5 Abwehrkette. Müssen wir schneller spielen. Schön dazwischen gegangen. Warum zieht der mich denn da so rüber? Was ist das denn? Und jetzt ist der Ballerspiel raus. Stark. Sehr gut. Das war wichtig. Der Schiedsrichter ist ein erster Vorteil. Aber der hat sich nicht ergeben. Also dann, klar, Freistoß. Der Torwart. Ach, mein Scheiß. Gut, schön. Ach, ich will. Einer bei den 6, einer bei den 7 und 9 sind. Ecke kommt rein. Also wenn die da rumtreten. Sie können den Ball abfangen. Boah. Da ist der Ball weg. Och. Boah, ich will die Arme. Da haben sie jetzt den Ball. Turn, turn. Sie verlieren schon wieder den Ball. Schade. Schade. Gut dazwischen gegangen. Schön. Schön, wichtig. Müssen wir ein bisschen Ruhe reinkriegen hier. Das ist alles ein bisschen hektisch gerade. Ach, das ist schwarz. Oh, schade. Hat der Daumen. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist er mal ein Weg. Am Oberkorn. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Ja, ja. Das sind halt die Situation, wo wir da mit dem Gegenspieler, ich komme jetzt mal Ruhe rein. Es ist schon sehr wild. Also das perfekte Spiel, um dann auch ins Bett zu gehen. Ja. Und da gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Und mit dieser Führung der Wurfs geht es nun hier weiter. Das ist unglaublich, dass du den nicht vorbeigetrennt kriegst. Ja, da sind sie immer sehr gefährlich, Achtung jetzt. Ja. Ja, das müssen wir brauchen, dass diese schnelle Spiel gegen die Fünferkette da. Stark. Woll. Ja, schönes Ding. Der Pucki hätte ihn jetzt noch mal hoch auf den Michael geflankt. Natürlich. Sie können nicht klären, sind weiterhin bedränglich. Oh. Bin ich? Ja. Du hast mal kurz. Ja, ich wollte nicht gleich hinreden. Gib das den Anschluss. Oh. 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 Ach, das Ding doch einfach weg mit B. Nun haben wir uns quasi selbst ins Tor gelegt. Ja, wir sehen Sie in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande. Und so fällt dann auch das. Ah. Knappe für uns nach Hause. Das ist gut. Gut. Wir machen gemeinsam schon ja oft nicht, dass jetzt in der zweiten Halbzeit Ruhe reinkommt, damit es auch schön spannend bleibt. Ja, aber bis jetzt auf diesen kleinen Ausrutscher war das doch eine sehr stabile Abwehr. Aber auch schon den ganzen Abend, um das mal loben zu erwähnen. Die wirklich wenigen Gegentore, das waren ja meistens einfach so blöde Fehler oder Zufälle. Wenn wir vorne mehr gemacht hätten, dann wäre der Abend noch erfolgreicher gewesen. Ist ja so schon erfolgreich. Ja, ich habe eine Leistung. Vor allem der schöne Ingo auf links. Er hat einiges raus. Ja, bestellweise. Die Wurst liegen zu Beginn dieses zweiten Durchgangs also vorne und damit gehen wir wieder rein in diese Spiegel. Gut, dass wir ihn gerade loben der Welt haben. Das macht er super mit Technik. Jetzt der Vorstoß. Schön. Und jetzt hier. Das ist natürlich ein guter Pass. Schönes Zuspieler. Oh, scheinlich. Jawohl. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Der alte Abstand wieder hergestellt. Schön. Schön, schön, schön. Ja, auch wichtig, die zwei Tore, die Differenz, die sie schon sichtet hat. Ist nicht so einfach da hinten. Die wuseln da ganz schön rum. Das meint er. Ja, wir würden auch stark zu sagen, wenn das einer bei uns machen würde. Ich denke, er macht es ja auch stark. Es ist halt einfach unglaublich, dass man den Scheiß nicht verteidigen kann, anständig. Dieses Rumgerüttfe. Da muss ich zum Analysezweck mal ein Clip von machen, damit ich mir das nochmal angucken kann. Also ich muss auch, das ist halt, wenn ich das aus dem Stream rausschneide, es ist halt ganz witzig, wenn man dann den Sprachwert halt mit drin hat, aber es ist halt super umständlich. Es klappt halt über die Clips, es ist halt viel einfacher. Boah, lecken schön. Ich muss dazu sagen, der konnte den Ball dahin auch jetzt nur spielen, weil ich das abseits aufgehoben habe. Weil der da angelaufen kam, habe ich gedacht, ich gehe schon mal ein Stück mit. Alles, das Problem ist halt, dass ich mit meinem Gegenstiel mitlaufen muss. Das ist doch nicht normal. Ist klar. Vorsicht. Jawoll. Deswegen gesagt, es ist schon wichtig. Ja, hier. Zweit hohe Abstand. Die Dinger tun Unglaubensschläge, weil der Dom dann hinten fehlt mit seinem Tempo. Da war die Chance für den Konter. Also schon wieder. So, ganz klar. Oh Mann, ey, wenn ich das sehe, was der da macht. Nochmal, nochmal. Er fehlt dir an, ob ich sie oder muss. Nochmal. Der kann ja nicht spielen, wenn da einer an ihm rumzuppelt. Dürfen die Leute nicht da hinten unter Druck, dann haut das Ding doch einfach mal weit vorne weg. Es läuft jung, ne jung, ne jung, ne jung, ne jung, ne. Ich will es einfach viel, die endlich spielen. Nein. Zu früh. Das ist ein sehr guter Einsatz. Das ist ein sehr guter Einsatz. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt nach ihr Bein leiten? Jawoll. Andere Seite. Jawoll. Und Abmarsch. Jetzt ein bisschen Platz da. Vorsicht. Ja, sehr schön. Gute Chance. Nein. Das gibt's ja nicht. Hätte doch mal 11 Meter pfeifen können, dann Pucki. Da war er strang. Gibt Ecke. Heißt du? Ja, ja, ich war da dran. Richtig. Und wieder. Es geht jetzt so lange, bis es klingt. Es ist auch klar. Naja, wir kontern die jetzt mal gleich aus. Dann klingt das bei denen auf der Seite. Nein. Ach, Mann, ey. Ja, wir müssen noch eins machen. Oh Gott, wie geil. Was wird denn? Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Das kann er den Ball behaupten. So eine Unnütz... Das ist ein Mist hier wieder. Das sieht vielversprechend aus. Warum läufst du da raus, ey? Da passt er auf. Ball geklärt. So, es gibt wieder 17 Eckbälle. Das war zu lässig, sagt Muschi. Das war zu lässig. Keine gute Aktion. Wir stehen auch jetzt ein bisschen zu weit vor dem Mitspielerweg die ganze Zeit. Aber wir brauchen sie einen Sieg. Aber noch steht es hier eben nur unentschieden. Aber Wolf, das ist hier noch nicht das letzte Wort. Ich traue der Mannschaft zu, dass sie das Ding nochmal drehen kann. Das Potenzial ist vorhanden. Schauen wir mal, was der Trainer von draußen noch machen kann. Ob er nochmal eine praktische Umstellung vornimmt. Wäre schon wichtig, das heute zu schaffen. Die kurze Variante. Unaufhaltsam. Gute Chance. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Das hier. Das hier. Geht's ab, nach vorne ein Tor machen. Jawoll. Boah. Hahaha. Vielleicht die Gelegenheit. Ja, nein. Oh, schau mal. Oh, das war's für heute. Das wär's gewesen. Ja, das ist ein krass. Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ne Scheiße. Gute Nacht. Das war nichts.